Aber gibt es nicht auch noch so Sachen, wo sobald keiner spricht oder sobald auf der Audiospur nichts zu hören ist, die eh so gemutet wird? Ja, aber das kannst du nur bis zu einer gewissen Dezibelzahl einstellen und irgendwann schneidet der dann halt auch Sachen weg, die nicht weggeschnitten werden. Das klingt dann ein bisschen so abgehackt. Ach so, das ist ein furchtbar kompliziertes Thema, Podcast. Ja. Super Übergang, um die Leute zum Podcast zu begrüßen. Ja, nein, das machen wir später. Ich habe nämlich, wir sind nämlich neulich weit auf. Machen wir zum Schluss. Das besprechen wir gleich. Machen wir zum Schluss. Nee, erstmal natürlich die Begrüßung. Hallo liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hübsche Söhne. Norm und Pete sind back, attack, Team, Team Audio. Und ja, hey, Alter, wir haben jetzt März. Der erste März ist angebrochen, nächste Woche ist Weltfrauentag und wie geht es dir? Wie, in Bezug auf den Weltfrauentag oder allgemein? Nee, das mit dem Weltfrauentag war jetzt einfach so eine Information, die ich einmischen wollte. Weil mir das heute wieder mal klar geworden ist, dass wir Berliner da doch einen geilen Feiertag haben. Nee, aber wie geht es dir denn? Ach so, ich denke, du bist nur in Berlin, ja. Ja, mir geht es ganz gut so weit. Ich bin heute relativ gut in die Woche gekommen und hatte zwar wieder mal unfassbar viel zu tun, aber habe das relativ stressfrei durchgebracht heute. Ich mag so eine Tage, wo viel los ist, aber trotzdem dich nicht so ankotzt. Aber hast du einen geheimen Trick, wie man bei besonders viel Arbeit, besonders stressfrei die Sachen wegarbeiten kann? Hast du da so einen, gehst du da irgendwie vorher nochmal in dich, trinkst du einen Kaffee oder einen besonderen Tee? Oder bist du einfach unfassbar organisiert? Ich frage nicht. Ich habe einfach Glück gehabt. Also morgens meditieren kann ich empfehlen. Das räumt ein bisschen den Kopf frei und macht so ein bisschen so einen Stresspuffer. Der hält vielleicht nicht bis zum Ende des Tages, aber der hält auf jeden Fall bei mir so bis mittags. Und was richtig geil ist, schaffe ich aber auch nicht immer, ist sich den Abend vorher hinsetzen und seine To-dos planen. Also das mache ich, versuche das immer sonntags zu machen, meine Woche zu planen. So eine To-do-Liste, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Und da versuche ich dann meine Aufgaben über die Woche zu verteilen, dass ich so ungefähr weiß, wann ich was mache. Das mache ich gefühlt auch. Du meditierst auch, ja? Nee, meditieren ja nicht. Nee, aber so diese To-do-Listen schreiben für den nächsten Tag. Ja. Und mache ich tatsächlich auch. Machst du das dann abends, nach dem Feierabend? Oder wann machst du das? Ich mache das immer zweimal tatsächlich. Also ich sitze dann abends nach dem Arbeiten, reflektiere kurz, was ich gemacht habe. Und dadurch entsteht ja manchmal noch mal eine Aufgabe für den nächsten Tag, weil man entweder irgendwas vergessen hat. Oder mit Absicht, was sich für den nächsten Tag aufgehoben hat. Und dann morgens, wenn es dann losgeht, also wenn dann anfangen die Telefone und Faxgeräte heiß zu laufen, dann mache ich das gleiche nochmal, um dann nochmal gegenzuprüfen, ob ich nicht am Abend davor was vergessen habe. Und gefühlt mache ich das aber jeden Tag. Also Montag bis Sonntag, so. Deswegen frage ich. Ja, also ich mache das eigentlich, also klar, ist ja, ich bin ja jetzt hier mittlerweile in Notion drin oder da, kennst du ja, benutzt du ja auch. Und das halte ich natürlich immer offen und das ergeben sich auch neue Aufgaben und so. Ist ja logisch. Also das auf jeden Fall, aber dieses auch nicht sonntags hinzusetzen und die Woche einmal vorzuplanen, das ist jetzt so ein bisschen neu und das ist cool. Aber meist schaffe ich, wie gesagt, nicht immer. Genauso wie ich es nicht jeden Tag schaffe zu meditieren und so ein Zeug, so Alter, das ist halt auch, ich glaube, die größte Aufgabe ist, drauf zu scheißen, wenn man das mal alles nicht schafft. Und da nicht frustriert zu sein dann. Ja, nicht gleich als Niederlage anzusehen. Ja, ja, ja. Also ich masturbiere morgens immer. Ja. Ich mache mir mal ein Käffchen oder liege ins Bad, nehme mir meine fünf Minuten. Naja, klar. Nee, ist voll schön. Das macht ja jeder anders. Ja, ja. Finde ich gut. Das geht ja auch schneller als meditieren einfach. Und du hast noch eine Hand frei. Beim Meditieren musst du ja beide Hände so auf die Knie legen. Ja, ey. Da kannst du nebenbei noch, kannst du nebenbei noch fresh im TikTok unterwegs sein. Genau. Boah, nee, das klingt böse. Ja, da muss man aufpassen. Wenn ich sage, ich gehe masturbieren und nebenbei gucke ich mir TikTok an. Dann bin ich jetzt irgendwie falsch abgewogen. Ey, aber stell mal vor, ich hätte so einen TikTok-Account und dann würdest du da so durchswipen beim Masturbieren und dann auf einmal komme ich hier so. Ey, Alter, ich mache so ein TikTok-Video, wo ich einfach nur in die Kamera gucke und sage, hey, na, hast du dich beim Wichsen erwischt? Ey, mal gucken, vielleicht treffe ich ja einen. Na, hast du denn wieder. Es ist sowieso krass, also ich bin ja TikTok-Heavy-User mittlerweile und man denkt ja dann auch, man will ja dann doch auch, auch wenn wir alte Männer sind, was TikTok und Social Media angeht, man will ja doch irgendwie mitspielen. Man will ja dann doch irgendwie zu den Coolen gehören auf dem Schulhof und was mir unfassbar schwerfällt ist, wenn ich mir das angucke, was Leute da auf TikTok machen, so. Ich habe zum Beispiel neulich einen gesehen, total krass, der macht nichts anderes außer Videos posten, wie er mit so einer Maurerkelle Farbeimer sauber kratzt. Ja. Und davon hat der mittlerweile, kennst du? Ich kenne diese Videos, aber ich wusste nicht, dass das so ein Trademark von irgendeinem Typen ist. Ich kenne das. Boah, ey, und der geht damit übelst viral. Also die Videos haben halt teilweise Millionen Aufrufe, Klicks und Views. Und dann denke ich mir so, ey, Alter, wie unfassbar schlau ist das denn? So, dass du halt aus den dämlichsten Alltagssituationen eigentlich, ne, dir eine Nische basteln kannst und dann fängst du da an, dir deine Videos... Und jetzt überlege ich schon den ganzen Tag und laufe hier so durch meine Wohnung und denke mir, was könnte ich denn sinnloset, keine Ahnung, wie ich mir mein Brot schmiere mit Eiersalat, einfach jeden Tag ein Video von posten und dann rollt der Rubel. Also wenn ich so ein Video sehe, dann denke ich immer so, dass ich das nicht könnte an seiner Stelle. Also mit so einer sinnlosen Sache viral zu gehen, bringt ja niemanden was. Also ich finde das immer faszinierend, wie sehr unsere Welt mittlerweile so auf Zahlen aufgebaut ist, weil der, der sich das anguckt, der hat von diesem Video nix und der, der das Video macht, hat davon auch nix. Aber der Ersteller guckt sich halt seine Klicks an und freut sich, dass er so viele Klicks hat. Das ist wie so eine unsichtbare Vierung. Aber bringt mir ja auch nix, wenn ich die 18. Mausi sehe, die sich an den Türrahmen stellt und auf immer nackt dasteht. Ah, ja, der Trend. Diese Challenge. Bringt mir ja eigentlich auch nix. Nee, ja, das ist ja auch genauso sinnlos. Aus der Mord zum Meditieren. Ich habe mir einfach vorgenommen, wir sollten in unserem Podcast einfach wieder ein bisschen asozialer werden. Wir waren in den letzten Folgen immer so nett. Ach, ist das so, ja? Da fandst du nicht irgendwie so ein bisschen Pipi-Kacka-Humor aus ein bisschen Flötenjagen. Ah, ja. Alle Facetten. Ich bin flöten gegangen. Alle Facetten. Okay. Aber ja, also ich habe neulich auf TikTok festgestellt, also ich bin ja anscheinend, ich weiß nicht, ob mein Algorithmus mit das einspielt oder ob das bei TikTok generell so oft ausgespielt wird. Ich kriege immer sehr viele Livestreams eingeblendet in letzter Zeit und da habe ich ja schon neulich berichtet von dem Typen, der da an der Edeka-Kasse saß und dann der Typ, der da auch mal an der Ecke steht. Und der neueste Livestream, der mir ständig angezeigt wird, ist ein Typ, der sich in einen großen Teppich eingerollt hat und auf dem Boden liegt und immer wie so ein Löwe oder wie so ein Bär immer in die Kamera so rrrr. Ernsthaft, der zu? Kein Spaß. Der ist in so einen richtig großen türkischen Teppich eingewickelt. Krass. Und liegt dann immer so zur Kamera hingerichtet und brüllt da wie ein Löwe rein. Mehr macht der nicht in diesem Livestream. Und vor allen Dingen seh ich den einmal am Tag Minimum. Also der muss jeden Tag live gehen damit. Seh ich ständig. Und hast du mal geguckt, wie viele Leute sich das angucken? Nee, das hast du mich das letzte Mal schon gefragt. Weil ich bin halt nicht so der Zahlentyp und mich frustriert es doch nur, wenn ich dann sehe, dass sowas auch noch große Zuschauerzahlen hat. Aber wenn du jetzt mal angenommen, ich stelle mir das gerade vor, mal angenommen, du würdest jetzt auf die Idee kommen, dich in so einen Teppich einzurollen und wie so ein Tiger in die Kamera zu brüllen. Und der Teppich... Was ist das? Der Stubentiger? Kennst du Leute, die so ihre ganze Stubentiger nennen? Ja, oder Flocke. Weil du weißt es. Ja. Nee, kennst du das gefährlichste Raubtier aus Sachsen? Den Taschentiecher? Oder? Der Taschentiecher. Ey, wir haben auch rüber den Zuschauer aus Sachsen. Ich habe schon mal Nachrichten bekommen, dass wir uns mal richtig am Züppel reiten. Dass wir öfter sechseln sollten. Ja, natürlich. Also, ich habe... Also, pass auf, das Ding ist, ich kann das so aus dem Steg greifen, weißt du? Ey, das ist so krass. So rumdollern hier mit dem... Also wirklich, ich mag ja auch gerne Dialekte und ich versuche auch immer, welche nachzumachen und so. Und ich dachte, ich kann gut sechseln, bis ich dich getroffen habe. Die zwei großen Sachen, weil du immer erzählst, du kannst Puppen spielen. Du kannst überhaupt nicht Puppen spielen, aber du kannst gut imitieren. Und zwar... Axel Furze? Sachsen kannst du imitieren und du kannst... Ja, Axel Furze ist aber kein Puppenspiel, Alter. Ja. Also, und was du auch noch sehr gut kannst, ist den Röhrig von Werner imitieren. Oh, den habe ich lange nicht mehr gemacht. Der war teilweise immer so berühmt, dass ich Leuten sogar das aufs Handy sprechen musste. Ja, und es gab Leute, die haben mich gefragt, ob du wirklich der Synchronsprecher bist von Röhrig. Ja, ja. Und wen ich auch Jut imitieren kann, ist die Echse. Ja, 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 auf jeden Fall, weil du die Stimme dafür hast. Aber die müsstest du noch perfektionieren. Ja, genau. Was kannst du denn gut? Wen ich Jut imitieren kann? Du kannst... Piddy Platsch kannst du gut. Ach du meine Nase! Ja, oder... Warte mal, Hermut Kohl könnte ich noch versuchen zu imitieren. Aber auch schon lange nicht mehr geübt, Alter. Aber kannst du... Aber kannst du ein Dialekt? Hast du so ein... Also, hast du so ein Dialekt, den ich gerne mal benutze? Na, ich Berliner ja eigentlich nicht. Den benutzt... Den benutzt du gerne mal, den Berliner. Ja, ja, das tue ich. Das ist eigentlich den ganzen Tag, Mike. Das für mich ist das ja kein Thema. Wie kann ich mit dir... Weißt du, das Schlimme ist, wenn man... Das Schlimme ist, wenn man denkt, man kann Leute imitieren und dann soll man das vormachen und dann ist man in dem Moment nicht gut. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn du bei Supertalent ganz vorne stehst und Dieter Bullen sagt, nee, tut mir leid. Ja, und das ist dann immer so ein bisschen unangenehm. Deswegen möchte ich jetzt keinem nachmachen. Ich liebe das, Leute zu imitieren, wenn ich eine Story auch dazu habe. Also, wenn alles stimmt und du bist gerade in einer lustigen Runde und du kannst halt eine Story erzählen als Helmut Kohl oder ich übe auch manchmal ein bisschen... Wie heißt er denn? Dieser, der Berliner Comedian hier. Mario Barth? Nein. Der coolere. Den Frauenhasser? Ach hier, Felix Lubrecht. Nein, Mann. Sido, ich weiß es doch. Man, Kurt Krömer. Oder wie nennen? Kurt Krömer. Kurt Krömer. Übigkeit auch manchmal. Aber wenn du jetzt so zu mir sagst, ich soll genau Kurt Krömer nachmachen, dann ist Quatsch. Das hört sich in dem Moment einfach blöd an. Okay. Okay, gut. Also, ich nehme der Sache jetzt einfach, dass du schon da Spaß dann hast und dir das auch irgendwie am Herzen liegt. Ja. Aber du erwartest da schon irgendwie so eine gewissermaßen so einen Raum, den man dir bietet und dass du halt irgendwie da auch in deine Rolle einsteigen kannst. Super klasse, genau so sieht das aus. Und manchmal habe ich auch ein klein bisschen Lust, deinen Holländer nass zu machen zum Beispiel. Ja. Aber wenn du halt nicht passt und die Stimmung nicht detailliert, dann kann ich es nicht so gut. Ja. Okay. Aber wenn du es trainierst. Sehr gut. Ja. 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 Ich kann auch Robert De Niro. Alles klar. Habe ich sofort erkannt, Alter. Wirklich. Ja. Oder, warte mal, ich kann auch den ekligen Onkel, kann ich auch nachmachen. Von wem? Hey, na. Von allen. Ach so. Der eklige Onkel ist immer der, der dann zu dir ankommt. Ich mache jetzt mal den Popschutz weg, damit es möglichst realistisch ist. Weil eklige Onkel stehen immer relativ nah an dir dran, an deinem Ohr. Und dann machen sie immer so. Oh, ist so eklig. Und pass auf, und dann kommt nämlich der. Naja, da bist du ja schon ein erwachsenes Mädchen geworden, nicht wahr? Also so einen Onkel habe ich nicht. Ja. Bist du ja schon richtig groß geworden. Jeder hat den ekelhaften Onkel in der Familie, aber den Pädoonkel habe ich nicht. Jeder hat aber auch den Onkel mit der besseren Kamera als der Hochzeitsfotograf in der Familie. Ja, ey, ist ein Klassiker auf jeder Hochzeit. Ich habe ja in meinen jungen Jahren tatsächlich Hochzeiten fotografiert und habe damit auch ein paar Euro verdient. Und da war immer so wirklich, da kam immer der, der war auch irgendwie nicht so richtig gut angezogen. Also so, du hast gemerkt, er fühlte sich nicht so ganz wohl in seinem Anzug. Hatte dann immer auch ganz stramm das Halteband der Kamera ums Handgelenk. Und hält die Kamera immer so leicht über seinen Kopf und guckt dann so in das Display rein. Und dann kommt er halt irgendwann zu dir und erzählt dir, wie die Kamera funktioniert. Und dann will er sich mit dir über seine, ey, dann denkst du dir so an, Digger, geh doch einfach ein Bier trinken. Beglückwünsche deine Cousine oder in welchem Verwandtheitsgrad du auch zu ihr stehst oder zu ihm. Lass mich bitte in Ruhe meinen Job machen. Ey, und ich finde... Für den ich 150 Euro kriege. Ja, ich finde diesen Typen, der sich in seinem Anzug unwohl fühlt, den erkennst du immer jemanden daran, ob er sich in seinem Anzug wohl fühlt an seinen Schuhen. Okay, erkläre mir. Das finde ich jetzt sehr interessant. Jemand, der sich gerne einen Anzug anzieht und da Bock drauf hat, der hat auch ordentliche Schuhe an. Aber Leute, die da keinen Bock drauf haben, die haben immer so eine Fake-Anzugsschuhe an, die man so bei Deichmann kriegt, die so eigentlich, die sehen aus wie Anzugsschuhe, aber die haben eigentlich so eine gemütliche Turnschuhsohle. Weißt du, diese... Stimmt, stimmt, du hast vollkommen recht. Und die sind dann auch atmungsaktiv und so. Ja, genau. Und der hat halt einfach keinen Bock auf dieses Anzug-Game und deswegen hat er diese Schuhe, die einfach richtig scheiße aussehen. Ja, und er macht auch immer die Krawatte zu früh runter. Aber ey, merke, wir driften wieder ab und durch so einen anderen Podcast, wo die das immer machen. Deswegen lassen wir das. Wir driften komplett ja nicht ab, weil da gibt es nämlich noch eine lustige Sache, die mir zum Thema Anzüge einfällt, ist ja. Ich muss mal vornherein zu mir sagen, ich nehme mir das jetzt raus, darüber sprechen zu dürfen, weil ich denke, dass ich jemand bin, der... Ich trage nicht oft Anzüge, aber wenn ich einen trage, dann trage ich ihn sehr selbstbewusst. Ich fühle mich in einem Anzug sehr wohl. Das passt, das steht mir gut. Und ich fahre den Film dann auch komplett. Und dann gibt es ja immer so eine Momente, das war vor ein paar Jahren mal. Da habe ich jemanden von so einer Hochzeitsfeier abgeholt, weil wir sind dann auch noch weitergefahren. Und komme dann da an mit Motorrad und war dann eh sowieso der absolute, alle sind an den Zaun gerannt, weil er manchmal mit Motorrad kam. Auf was ich eigentlich hinaus will, ist, dann kam dann so ein 16-, 17-Jähriger, der irgendwie das erste Mal in seinem Leben einen Anzug trug. Und das Erste, was natürlich ein 16-, 17-Jähriger macht, ist, du holst dir erstmal das Anzug... Das erste Anzug-Starter-Kit. Ist nämlich genau die Deichmann-Schuhe mit Aktivsohle. Dann ist es der Whisky mit Eis. Und von der Tanke diese kackziger Zigarren, die du dir da holen kannst. Die schmecken wie, weiß ich nicht, zusammengefegter Fabrikstaub. Ja, du beschreibst gerade original mein Jugendfeier-Outfit. Erzähl weiter. So. Ich habe sogar ein Foto. Und dann stand er da draußen mit dem Whisky auf Eis. Also das war erstmal kein Whisky, sondern das war ein Jack Daniels, den er getrunken hat. Und dachte, das ist jetzt der richtige Brenner. Und dann hat er nämlich noch den coolen Move gelernt, so die eine Hand und die Hosentasche. Und natürlich war der Knopf oben, ein Knopf zu viel oben offen. Kennst du die? So. Du kannst dir ja Richtung Abend kannst du ja schon mal den Knopf oben aufmachen am Hemd. Und vielleicht auch das Jacket aufmachen. Geht ja, wenn der Arm ein bisschen lockerer wird. Aber was nicht schieht, ist, das Hemd guckt raus, das Jacket ist offen. Und oben sind zwei Knöpfe offen. Und du siehst schon die ersten Brusthaare. Ey, Alter. Das geht so einfach nicht. Da war ich wirklich erbost und entsetzt. Kurzhaaranzug, Kniggeausflug für alle Zuhörer, die nicht so oft Anzug tragen. Das Jacket kannst du dann aufmachen, wenn du dich hinsetzt. Und wenn du stehst, machst du zu. Aber den unteren Knopf lässt du immer offen. Ja, was kommt. Richtig, genau wie bei der Weste. Yes, sir. Ja, schön. Also, es ist immer wieder witzig. Ich habe, glaube ich, schon eine Weile keinen Anzug mehr angehabt. Bestimmt schon zwei Jahre her. Aber ja. Finde ich auch in Ordnung, wenn es mal anders geht. Wir driften ab. Ja. Wir driften ab. Wir wollten über Pipi-Kacka-Sachen sprechen. Wir waren eigentlich auf der Suche nach einem Format, oder? Für TikTok oder weiß ich nicht. Oder wollten wir über das Masturbieren sprechen? Nee, ich finde die Idee eigentlich ganz lustig, so ein Video zu machen, wo ich einfach nur sage, hey, na, beim Masturbieren erwischt. Und dann, wenn da gerade einer so durchscrollt, mit seinem Lulu in der Hand. Ja. Mit dem Lachs in der Hand. Mit dem Lachs in der Hand. Ja. Es gibt ja auch so einen Typen auf TikTok, den erwische ich manchmal. Der kommt dann abends zu dir, kommt so ganz nah an die Kamera und sagt so, du musst jetzt aber schon gleich ins Bett gehen. Es ist schon nach Mitternacht. Geh mal langsam schlafen. So, den finde ich auch lustig. Den hatte ich noch nicht. Nee, den kann ich nicht. Geil sind auch, geil sind auch die, na, sag schnell. Ja. Was ich an TikTok hasse, aber irgendwie auch wieder voll smart finde, sind ja diese Kack-Videos, die bis kurz zur Poernte gehen und dann sagen sie immer, schau mir auf Teil 2. Achso, ja. Die kriege ich immer nicht so oft mehr. Nee. Da gibt es ja mittlerweile Leute, die diese Teil 2 jetzt immer gleich auflösen. Ja, richtig. So, was soll das denn? Also, das ist ja eine Frechheit. Ich verschwende da schon meine Zeit und dann klaust du mir noch die Poernte oder was? Naja. Das ist ja eine Frechheit. Hast du noch was anderes als TikTok im Petto? Weil ich glaube, die Zielgruppe, die wir ansprechen, die haben alle kein TikTok. Du wirst doch. Single-Motis. Bestimmt. Ja, ich habe noch ein Thema, was tatsächlich interessant ist für uns und für alle Podcast-Hörer ist. Ja. Ist es heutzutage, muss es einem unangenehm sein, wenn man einen Podcast hat mit seinem besten Freund? Das ist so, ey. Wir kommen wieder in einer neuen Situation, wo mein Gehirnlink und dein Gehirnlink mit deiner nach verbunden sind. Weil bevor ich in die Sendung gegangen bin, habe ich genau über das Gleiche gerade noch nachgedacht. Von einer guten halben Stunde sind mir genau das durch den Kopf geschossen. Anzhaft? Ja. Krass. Weil dazu habe ich auch was zu sagen. Okay. Möchtest du vorher noch was dazu sagen? Würde dich nicht unterbrechen? Ich möchte dir eigentlich die Frage im Raum. Die Frage steht im Raum und mein kurzer Gedanke von meiner Seite aus, ich glaube, der ist nämlich kürzer als deiner, ist einfach nur der, dass ich so drüber nachgedacht habe, weil ich habe das irgendwo neulich aufgeschnappt. So dieses, dass es nicht schlimm ist, wenn man keinen Podcast mit seinem besten Freund hat, dass man auch dann noch jemand ist und was wert ist. Ja. Und da habe ich so überlegt, okay, sind wir jetzt da angekommen, wo Leute darüber lachen, wenn beste Freunde einen Podcast haben? Und habe natürlich dann angefangen, das Ding zu bewerten für uns, für hübsche Söhne, für dich und für mich. Und dann dachte ich, und dann ist aber so ein bisschen meine, leck mich doch am Arsch Attitüde hochgekommen. Dachte so, ich mache, was ich will. So. Und das fand ich ein spannendes Thema und das würde ich jetzt gerne mit dir besprechen. Und ich würde jetzt gerne den Mund halten wollen, noch einen Schluck Cola nehmen und deine Meinung dazu hören wollen. Bärchen. Vielen Dank. Ich kann diesen Gedanken gut nachvollziehen, weil man fühlt sich dadurch immer so ein bisschen getriggert. Und ich habe neulich auch irgendwo TikTok, Instagram, YouTube, keine Ahnung, so ein kurzes Ding gesehen, wo eine junge Dame meinte so, ja, ey, nur weil ihr beste Freunde seid, müsst ihr jetzt keinen Podcast zusammen machen. So lustig seid ihr beide nicht. Und so interessant, so doll interessiert sich keiner für euch, dass ihr jetzt einen Podcast machen müsst. Gleich habe ich auch gesehen. Und natürlich fühlt man sich da getriggert und angesprochen und natürlich kann ich jetzt auch nicht entscheiden, ob wir jetzt so lustig und relevant sind, dass wir beide einen Podcast machen müssen, ja. Unter den Millionen, Abermillionen besten Freunden, die so untereinander draußen rumlaufen. Aber dazu habe ich halt zwei Gedanken. Punkt eins ist, erstmal können wir machen, was wir wollen und wenn wir Spaß dran haben und dass hier zehn Leute hören unser Leben lang und uns das nicht juckt, dann können wir das machen. Und der zweite Punkt ist, dass mir dabei aufgefallen ist, dass dieses, ich bin auch bei Twitter angemeldet und da ist das ganz krass so, dieses neue, ironisch, lustige, humorvolle Haten von Sachen ist mir persönlich ein bisschen zu sehr in Mode gekommen. Ich finde das ein bisschen schade, dass sich das so langsam in so eine Richtung entwickelt, dass immer, wenn irgendwo so Hype-Themen, Trend-Themen, egal was, entstehen, dann gibt es immer irgendeinen lustigen Menschen, der der Meinung ist, er muss das Ganze irgendwie so krass abwerten und tut aber in dem Sinne eigentlich nichts anderes, als sich irgendwie total relevant zu fühlen und irgendwie zu denken, hey ja, das ist jetzt irgendwie interessant, ich muss das kaputt machen. Ich würde jetzt nicht mal behaupten, dass das alle so irgendwie frustrierte Menschen sind, die keinen besten Freund haben, mit denen sie einen Podcast machen können, aber ich glaube, das sind so Leute, die gerne vor zwei, drei Jahren auch einen Podcast gestartet hätten und sich jetzt so ein bisschen denken, naja, jetzt machen es alle. Und das sind so die Leute früher in der Schule, wo es noch kein Internet gab, weißt du, die so ein bisschen zu cool waren, um coole Sachen cool zu finden. Achso, aus Prinzip Sachen scheiße finden. Ja, genau, diese so, nee, das finden mir zu viele Leute cool, das kann ich nicht auch cool finden. Ah, okay, weil ich bin ja hyperindividuell und kann ja nicht angehen, dass ich vielleicht auch Sachen schön finde. Ja, dazu hat Fettes Brot mal einen richtig geilen Song gemacht. Den hau ich mal auf unsere Puppyliste. Ich krieg's nicht mehr hin, weil das ist irgendwie auf einer sehr alten Platte, der Song. Den hau ich mal in unsere Playlist einfach rein. Der beschreibt genau diese Menschen, die die ganze Zeit immer rumrennen und sagen, ja, nee, also, das machen ja alle und so. Ja, ich geh nicht mehr ins Berghain, weil da gehen jetzt alle hin. Ich geh jetzt nur noch in den Keller, weil im Keller ist richtig underground. Ich glaube einfach, dass man... Die Musikanlage dort ist kacke. Ich glaube einfach, dass man irgendwie, du hast halt einfach überhaupt keine Möglichkeit, in den Menschen reinzugucken und seine Beweggründe zu erfahren oder aus welchen Gründen auch immer wir jetzt hier sind und diesen Podcast machen oder sonst was. Weißt du, was ich meine? Keiner weiß, was wir jetzt besprochen haben, warum wir das hier machen und so weiter. Und deshalb sind jegliche Beurteilungen von außen auch immer nur aus der Sicht dieser Menschen. Die sehen das, wie sie jetzt auf uns gucken, bilden sich ihre Meinung aufgrund ihres gebildeten Charakters und das war's. Das kann nicht der Realität entsprechen und von daher, ey, denke ich manchmal so, ist gar nicht mal schlimm, dass ihr so denkt. Ja, das zeigt ja eigentlich nur, dass wir gerade, dass gerade wir beide ziemlich relevant sind, weil Podcasts von besten Freunden sind ja anscheinend so relevant, dass Leute, die komplett irrelevant sind, sich damit auseinandersetzen. Naja, und irgendwie setzen sich ja auch gewisse Sachen immer durch. Also es ist ja genauso, ob das jetzt YouTube ist oder Fernsehen oder Radio oder Musik. Es gibt alles 10.000 Mal und es setzen sich aber nicht alle Sachen davon durch. Es gibt auch bestimmt Millionen Zwillingspaare, die sich gedacht haben, komm, wir machen eine Band auf. So, weißt du? Und wir machen so ein Singer-Duo. Und davon haben es aber nur relativ wenige geschafft, an die Öffentlichkeit zu kommen. Weißt du, was ich meine? Also von daher, du weißt ja nie, was sich jetzt irgendwie durchsetzt am Ende. Vielleicht lösen wir ja mal endlich diese anderen Bockwürste alle ab. Ja, vielleicht sind wir die neu. Ich meine, es ist ja im Deutschrap auch nicht anders. Ich meine, da ging es los hier mit Moses Pelham und hast du nicht gesehen? Dann kam Hamburg, dann kam Berlin und jetzt, weiß ich nicht, was jetzt gerade, weiß ich nicht. Der Rest halt. Jetzt ist es alle am Start. Und jetzt kommen wir, Alter. Jetzt ist die neue Generation von Podcastern da. Nicht mehr die Oldschooler. Was mich auch zum guten Thema führt. Obwohl, nee, vielleicht ist das okay ein Thema. Aber mein neues Entertainment-Thema ist ja Deutschrap. Ich habe ja früher sehr viel gerne Deutschrap gehört. Mittlerweile höre ich gar kein Deutschrap mehr. Sondern ich gucke mir nur noch die ganzen... Ist dir zu cool geworden? Ja, voll. Alter, sorry. Nee, tut mir leid. Nee, gar nicht. Aber ich finde es halt super interessant, mir die ganzen Interviews anzugucken. Ja, hier gerade wen mobbt und disst und alle sind total gerade und alle sind Ehrenmänner. Mega lustig. Kann ich dir... Du bist ja auch ein Rap-Head irgendwie so ein bisschen im tiefsten Inneren. Kann ich dir nur empfehlen. Das ist mal leicht untertrieben jetzt, Alter. Leicht. Die Beschreibung hat sich gerade so ein bisschen angehört, wie jetzt würde ich den ganzen Tag so Mark Forster hören. Und ab und zu höre ich mir aber auch mal Sido mit Astronaut an. Aber ist eine gute Frage. Was ist denn so aktuell... Was ist denn deine Lieblingsmusik eigentlich? Über so was unterhält man sich ja ja nicht mehr. Was ist denn deine Lieblingsmusik? Früher hat man sich ja noch so Kassetten rübergeschickt. Oder er sagt, hier, guck mal, ich hab eine geile gebrannte CD. Macht man ja auch nicht mehr. Nee. Ist ja alles weg. Also ich wollte ganz kurz noch sagen zu dem Thema Deutschrap-Interviews. Also ich finde, da steigst du sehr spät ins Game ein. Weil die großen legendären Interviews von Flair und Manuelsen und wie sie alle heißen, die sind ja so vor ein paar Jahren rausgekommen. Und da habe ich das auch gemacht. Also es gab mal so eine Zeit, Alter, da habe ich mir das ständig nur reingezogen. Und die Mucke von denen gar nicht gehört. Vor fünf Jahren, wo Ruth Manuelsen in dem Café interviewt, wo er sich die ganze Zeit den Scheiß von der Stirn rutscht. Genau, diese Sachen halt, genau. Legendäres Interview. Ja, ja. Und jetzt ist das bei mir aber durch. Also ich interessiere mich für diesen Deutschrap-Gossip gar nicht mehr, weil, keine Ahnung, ist mir irgendwie so... Ich habe langsam das Gefühl, dass das alles so ein bisschen auch gekünstelt ist, beziehungsweise da auch in der Realität nicht viel passiert von den Sachen, die dann da immer so erzählt werden, weißt du? Okay, gut. Also deswegen juckt mich das nicht mehr, weil wenn die sich jetzt so das Hunde... Damals, wenn die sich gedroht haben, sich auf die Fresse zu hauen, dann habe ich immer gedacht, so ja, mal gucken, wann mal irgendwann so ein Video kommt, wo es mal knallt, wo man mal sieht, wie der eine den anderen weghaut. Aber mittlerweile hat sich ja herausgestellt, dass das nicht passiert. Und dann ist es ja langweilig. Also Animus, Animus wurde ja schon schlafen gelegt. Und dann hat der Coach ein paar vor die Eier bekommen. Aber dann muss ich auch sagen, ey, als das passiert ist, da fand ich es auch dann scheiße. Also da war dann auch der Punkt bei mir, wo ich das dann gesehen habe, wo ich dann gleichzeitig dachte, nee, Alter. Weißt du, wie das dann manchmal so ist? Du hast eigentlich die ganze Zeit Bock, dass die sich mal in die Fresse hauen, aber wenn es dann passiert, dann denkst du dir so, Mann, eigentlich ist es richtig scheiße. Und ich habe mich da jetzt auch nicht gefreut oder so, als ich das gesehen habe. Nee, ich verstehe total, was du meinst, weil ich finde das auch grundsätzlich, Mann, hier ein bisschen mobben hier und dissen da. Ich erinnere mich nur an die Zeit hier, Sammy und Savas gegeneinander und dann noch die Juice und alle waren kacke und so. Oder Echo und Savas, das war ja alles krass. Das war ja halt cool. Und da hat man auch irgendwie mitgefiebert. Aber ja, Mann, und irgendwie der schießt gegen den und der hat keinen Rücken, der ist gerade und hast du nicht gesehen. Und dann hauen die sich halt wirklich in die Fresse. Mann, nee, sorry, Physik. Und die sind irgendwie... Naja, der war, glaube ich, bei diesem ganzen Savas, Sammy, Azad, Echo-Thema und so, da ging es ja auch nicht um in die Fresse hauen, sondern dann ging es ja einfach darum, so, okay, haut der da jetzt nochmal einen krasseren Track zurück mit noch krasseren Disses und Punchlines und weißt du, was ich meine? Ja, nimmt er den noch mehr auseinander. Das würde ich auch aus heutiger Sicht dann wieder spannend finden. So, auf gute Diss-Tracks habe ich immer Bock. Aber nicht auf dieses Schläge-Androhnen, asozial, scheiße, gib mir ein bisschen auf den Sack. Ey, wie ist denn das... Kann man nicht diese Mechanik auch auf Podcasts übertragen? Also, ich meine, ich überlege gerade so, wenn man jetzt mal so diesen Vibe, ja, diesen Flex, so, aus dem Deutschrap-Bereich, den mal so ein bisschen... Stell dir vor, Alter, wir hätten jetzt so die hübsche Söhne-Army gegen so einen anderen Podcast, der nicht aus Berlin kommt, keine Ahnung. Und dann gibt es da voll Beef, Alter. Und dann wird in jeder Podcast-Folge zurückgeschossen, so, wir treffen uns und hauen uns unsere Mikrofone in den Kopf und so. Und wir dissen einfach andere Podcaster, einfach nur, weil... Und dann wird dann so... Und dann disst man sich aber nicht mit krasseren Lines, sondern man so, wer hat die geilere Soundqualität? Wer hat das neueste Gimmick in seinen Podcast eingebaut? Und dann wird so voll... Nehmen wir einfach diese Mechanik oder diesen Vibe aus dem Rap-Business und übertragen ihn einfach voll aufs Podcast-Game. Und dann, weiß ich nicht, dann stellen wir es gerade so vor. Dann haben wir so einen Live-Auftritt auf der, weiß ich nicht, OMR in Hamburg, ja? Ja. Und sitzen da auf der Bühne für eine Stunde als Speaker. Und dann kommt... Und dann kommen so ein paar andere Podcaster so auf die Bühne gestürmt und dann holen uns in die Fresse. Oder klauen uns einfach mit Mikrofon und machen dann ihren Podcast weiter. Ja, auf jeden Fall ganz geile News. Sprechen uns ja lustig vor. Ja, ja, ja. Ich überlege gerade, wen man da... Ja? Ja, nee, ist okay. Ich war noch so ein bisschen bei der Frage, welche Musik ich gerade höre. Mir ist aufgefallen, dass du mir manchmal Fragen stellst und dann die Antwort gar nicht abwartest. Ja, das tut mir leid. Das wurde mir oft schon gesagt. Ich brauche dir nicht leidtun. Das ist dann auch noch. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Nee, mit mir tut es wirklich leid, weil ich eigentlich ein Mensch bin. Ich reagiere sehr empfindlich auf so eine Menschen, die so mit mir umgehen. Ach so. Mich nervt es total, wenn mir eine Frage gestellt wird und ich die nicht beantworten kann, weil ich nicht dazu komme. Ja. Und in diesem Podcast habe ich auch gelernt, dass ich des Öfteren dir gegenüber so bin. Und deswegen finde ich das gut, dass du mich ermahnst, dass ich da irgendwie anscheinend Tendenzen habe und möchte jetzt dich noch mal fragen und auch gerne die Antwort wissen, was ist denn aktuell deine Lieblingsmusik? Weißt du die Frage noch, ja? Ja, und deshalb möchte ich mich entschuldigen und dir noch mal die Frage stellen. Ich wüsste die Frage nicht mehr. Magst du Haustiere? Genau. Ach so, nee. Das war ja erste Folge damals. Ja, also ich habe, ich höre tatsächlich viel, wie nennt man das? Ich höre gerade viel diesen London Grime Shit. Die finde ich irgendwie ganz geil. Und das feiere ich. Und ansonsten so Deutschrap-mäßig höre ich mir schon so ein paar Sachen noch an. Okay. Aber dadurch, dass Deutschrap so Single-mäßig geworden ist, also so viele Künstler, die jetzt irgendwie so einen Song rausbringen, habe ich gar nicht mehr so diesen Fokus auf einzelne Künstler. Obwohl man jetzt mal an dieser Stelle noch mal sagen muss, der King of Rap, Kusawa, ich habe ein neues Album rausgehauen. Das ist auch ganz geil geworden, muss ich sagen. Ich war von den letzten Alben so ein bisschen, das hat mich nicht so gecatcht. Und das Album jetzt, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Das finde ich ganz nice. Und was ich auch sehr empfehlen kann, Deutschrap ist Döll. Döll hat Kultur rausgebracht. Das ist ein EP. Der Künstlername Döll, der hört sich vielleicht gerade ein bisschen komisch an. Aber der hat eine unfassbar gute EP namens Kultur rausgehauen. Die ist geil geworden. Die hat mir richtig gut gefallen. Die habe ich mir auch ein paar Mal angehört. Und wenn wir jetzt noch mal bei einer Sache sind, möchte ich noch sagen, der größte Deutschrap-Album, was letztes Jahr rausgekommen ist, ist für mich von Der Plot und heißt Biedermann und Brandstifter. Und das ist auf jeden Fall ein Album, was ihr euch mal alle reinziehen solltet. Ich habe keine Album, von was du gerade sprichst. Selten so krasse Lyrics gehört, wie auf diesem Album. Erwarte aber nach dem Podcast von dir per WhatsApp mal zwei, drei Links zu Spotify, weil... Aber das muss ich dazu sagen, das ist ein sehr politisches Album auf jeden Fall und ein sehr gesellschaftskritisches Album und die haben das geschafft, das musikalisch so zu verpacken, dass es trotzdem cool ist. Weißt du, weil so deutscher Rap, der so politisch sein möchte und kritisch sein möchte, der klingt oft nicht nice, finde ich, sondern der klingt immer so schwer und schwierig, komplex, träge. Wie so ein alter Lappen, der mit Wasser vollgesogen ist und schon so fünf Tage rumliegt. Ein bisschen müffelt. So klingt politischer Deutschrap meistens. Und die haben das geil gemacht. Der Plot, wieder mal nur Brandstifter, bestes Album. Nice, 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 nice. Okay, krass. Ja, aber du bist... Also ich bin weiterhin trotzdem extrem durchmischt. Also ich höre irgendwie alles den ganzen Tag. Ich mag auch bei der Arbeit gerne dann so Sachen hören, wo einem nur so Instrumentel zu laufen und höre diese Lo-Fi-Playlisten und so diesen Smooth-Haus, diesen so Nachts-Haus, der so dudelt und so. Das finde ich geil. Was ist denn bei dir so? Ein bisschen Knisterknister, wa? Ja. Ja, bei mir, also bei mir ist es auch so Misch-Misch, weil bei mir ist ja auch so wie bei dir einfach Musikliebhaber. Das heißt, man hört gerne Musik und schnuppert nach links und rechts und guckt sich um. Und wenn wir jetzt auch mal so im Hip-Hop-Game unterwegs sind, dann bin ich neulich tatsächlich. Habe ich dir glaube ich auch geschickt. Ja. Ja, Campino, Campino ist geil. Ich glaube, Mola Adebisi hat auch mal einen Rap-Song rausgehauen. Ja, Mann, mit Squeezer zusammen. Richtig. Mit Squeezer und da war noch irgendeine Band. Die haben so einen riesigen Mahmood-Remix gemacht. Ja. Mahmood-Remix. Nee, in den 90ern gab es ja auch ganz viel diesen Euro-Beat, hier Tour Unlimited und so. Da war ja immer, das war ja immer, die Mischung war ja immer eine Frau und ein Mann. Und die Frau hat immer diese Gesangs-Vocals gesungen. Ja. Und der Mann hat dazu mal gerappt. Ja, ja. Großartig. Marky Mark, auch ganz knaller Rapper gewesen in den 90ern. Und der Rap hat auch immer so diese gleiche Melodie gehabt. So, weißt du? Entschuldigung, der Text war jetzt von Tanzverbot, aber ich habe den noch so nicht gelernt. Das ist das Original-DJ-Bobo gerade gewesen, was du gemacht hast. Und die Frau dann immer Ja. 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 Freedom. Ey, DJ-Bobo, Alter. Bester Mann. DJ-Bobo hat meine Kindheit komplett geprägt, Alter. DJ-Bobo war geil. Also ich war ja, in den 90ern, ich war voll auf Eurobeat. Also ich habe alles gehört. Alles. Masterboy, Tour Unlimited, Dr. Alban, DJ Hollywood und wie sie alle hießen, Spice Girls, Skatman oder RMB und den ganzen, von oben bis. Jetzt rutschen wir schon wieder in diese Fax-und-Wir-Alt-Ecke rein. Nee, gar nicht. Ja. Das stimmt. Nee, gar nicht. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich wollte ja aber noch ganz kurz genau, also manchmal, wenn ich richtig doll arbeiten muss, dann fahre ich mir richtig abartigen Techno rein tatsächlich. Also richtig, der die letzte Gehirnzelle in der hintersten Ecke noch wegballert irgendwie. So richtig bösartig. Da kann ich aber ganz gut zu arbeiten. Ja. Und dann Deutschrap-mäßig bin ich tatsächlich sehr krass auf Instrumentals gerade und Hast du gerade gesagt, Deutschrap-mäßig bist du gerade auf Instrumentals? Ja, Mann, Dicker. Nein, es gibt doch Figuip Braslewitsch. Figuip Braslewitsch. Ja, den kenne ich. Ah. Deutschrap-mäßig bin ich gerade auf Instrumentals. Ja, das ist ein Zitat für die Folge. Zitat der Woche. Genau, Figuip Braslewitsch und Suff Daddy finde ich hammergeil. Ja. Und durch den Figuip habe ich neulich von so einem Rapper eine EP gehört. Die fand ich ziemlich cool. Die höre ich relativ oft gerade. Ja, ja. Und zwar John Noon heißt der. Ja, den kenne ich auch. Und die EP heißt Ja, Entschuldigung. Die EP heißt Staffel 1 Episode 1. Ah. Wir hatten Finde ich richtig geil. Die liebe Jen Krause. Liebe Grüße an dieser Stelle, die auch unser wunderschönes Coverfoto gemacht hat. Vom Hübsche Sinne Podcast. Und mein Musikvideo Fry, wo du ja die Kamera gemacht hast. Oh Jenny. Oh Jenny. Oh Jenny. Oh Jenny. Alles gut. Ach die Jenny. Die hat auch ein Video für John Noon gedreht. Vor uns. Ach, leg mich im Arsch. Ist das so? Oder daran. Ja, schön. Die haben es gemacht. Hat die daran mitgewirkt oder hat es gemacht? Ich glaube sie hat es sogar gemacht. Die kann uns auch mal Filmen beim Podcast machen. Ja, finde ich auch. Obwohl, ich glaube die hat ein bisschen viel zu tun aktuell. Die hat richtig zu tun. Ich sehe ja immer, was die. Die ist. Scheiße, man. Die hat den Absprung geschafft. Die ist in diesem Game, wo wir irgendwann mal sagen werden, hier dieser Film da, der den Oscar bekommen hat. Die hat mal mein Musikvideo gedreht. Das wird bei der irgendwann mal. Ich kannte die noch, da war die noch nicht so. Genau, da kannte ich die noch. Ja, da war die noch nicht so abgehoben. Genautet ihr euch gerne und ja, und wo ich ehrlich sagen muss, was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist Filmmusik. Und zwar von, ich habe The Crown geguckt auf Netflix, die Geschichte über die britische Königsfamilie. Ja. und unfassbar geiler Soundtrack im Hintergrund, also so von Hans Zimmer und so den ganzen Geschichten. Ja. Kann man sich auf jeden Fall auch mal geben. Am besten nackt. Ja, ja, ja. Also gute Musik, immer nackt. Hans Zimmer, geiler Typ, liebe Grüße an dieser Stelle. ähm, der hat übrigens das Intro Musik für uns gemacht. Ja, ja, der hat auch das Intro-Lied gemacht. Ey, Alter, das Problem ist, der hatte dann irgendwann, wir haben die Rechte ja nicht, wir haben die Rechte ja nicht eingekauft, ne? Deswegen hat er das irgendwann für Inception benutzt. Ja, ja. War eine komische Zeit. Ja, war irgendwie seltsam. Äh, ja. Ich habe ja, ey, lass uns von diesem Musikthema gleich durch. Ich würde nur noch kurz sagen, dass als ich dieses Jahr ja mein Büro bezogen habe, brauchte ich die, ähm, die Studio-Boxen, die immer auf meinem Schreibtisch gestanden haben, die brauchte ich. Nicht mehr in einer Wohnung bei uns. Und deshalb habe ich jetzt meinen Klappenspieler komplett neu in Szene gesetzt. Der stand immer so irgendwo verkrokelt in einem Regal angeschlossen an die Soundbar, die eigentlich für den Fernseher ist. Und diese Soundbar macht keinen musikalischen Klang. Du kannst da mit Filme gucken, aber Musik klingt voll scheiße. Und ich bin ja nun wirklich krasser Soundfetischist und für mich ist das dann immer total demotivierend gewesen. Ich hatte keinen Bock, Platten zu hören. Und jetzt hat das Ding seinen verdienten Platz. auf dem Sideboard, zentral in der Mitte, daneben schön die Boxen, schön so auf Brusthöhe. Ja. Und jetzt höre ich wieder fast jeden Tag Vinyl. Das kann nicht angehen, Alter. Das kann nicht angehen. Weißt du, was ich am Wochenende gemacht habe, nebenbei, beim Arbeiten noch? Ich bin hier in mein Zimmer, habe mir acht Scheib. Ja, nein. Hab mir am Sack gekratzt. Nein, hab mir Scheibplatten rausgeholt und hab am Wochenende Scheibplatten gehört. Ja, na guck an. Siehst du? Alter, das ist ja nicht für ein Kack-Universum. Wirklich. Ja, sag ich doch. Ja, das ist schön, aber ist geil. Freue ich mich für dich, weil Vinyl hören ist nochmal eine besondere Art der Musik. Das ist voll anstrengend, vor allen Dingen. Ja, ständig musst du umdrehen. Richtig nervig. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe ja irgendwann die Plattensammlung meiner Eltern übernommen und da sind ja richtig geile Schätze noch mit drin, so aus den 60er, 70er und 80ern und interessanterweise kenne ich das meiste davon irgendwie nicht vom Namen her. Das ist echt krass und deshalb lege ich halt immer jeden Tag so zwei, drei neue Platten auf, die ich noch nicht kenne und die, die ich geil finde, packe ich mir dann auf den einen Stapel und die, die ich scheiße finde, packe ich auf einen anderen Stapel. Also quasi sortiere ich gerade das mein Jahresprojekt, meine Scheibplatten so durch. Ey, und Alter, ja, das ist faszinierend, wie viele Songs du immer kennst, aber den Namen des Künstlers, der dir überhaupt nichts sagt, so und dann packst du die Platte auf und sagst, aha, ja, krass, Tit-Lied. Hast du mal bei Discogs mal deine Platten eingegeben und mal gucken, wie viel Wert die haben? Nee. Also habe ich mal vor zwei, drei Jahren gemacht, aber interessiert mich nicht. Was ich aber gemacht habe, was ich aber gemacht habe, ist Guilty Pleasure. Ich habe mir bei Ebay auf jeden Fall den Soundtrack von Dirty Dancing auf Vinyl bestellt. Boah, fett. Ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich bin davon überzeugt, dass es eins der geilsten Soundtracks von irgendwelchen Filmen ist. Also die Songs auf Dirty Dancing sind schon geil eigentlich. Was ist dein Lieblingssong vom Dirty Dancing Soundtrack? Ich habe keine Ahnung, aber ich kann dir nur sagen, ich habe hier zu Hause liegen auf Schallplatte den Soundtrack von Beverly Hills Cop. Oh, auch geil. Und da ist ein Song von Petit Labelle oder so heißt die. Und, oh, Alter. Das ist schon nice. Mega. Ich möchte mir gerade den Top Gun Soundtrack schießen noch. Ich suche gerade auf Vinyl nach dem Soundtrack von Top Gun. Oh, geil. H-H-V. Take my breath away. Bum, bum. Oh, alleine dieser eine Song. Ja, ja. Dieser eine Song, dieser Standard-Top Gun-Song, der ist für mich immer so mein Soundtrack für den Tag, wenn ich morgens so in den Tag starte. Ja. Highway to the danger zone. Du, du, du. Ja. Das ist geil. Nice. Das ist mein Leben. Heute haben wir die Musikfolge, ne? Nee, ich habe auch das Gefühl, wir nehmen heute gerade die beste Folge auf, die wir bisher aufgenommen haben. Hier ist so ein Vibe drin, hier ist so ein Schwung, hier ist so, weißt du, das ist nicht so, hier ist so viel Lebensfreude drin. Das kann auch einfach daran liegen, weil ich dich ja letzte Woche eiskalt versetzt habe. Na, nicht versetzt, aber letzte Woche war so viel los, dass irgendwie das Podcast-Ding mal eine Woche mal durchschnaufen musste und ich habe mich so gefreut auf heute mit dir zu reden und ich bin so voller Liebe und so voller Lust. Wenn zum Glück ist die Webcam aus, dann würdest du sehen, dass ich hier schon obenrum frei bin und ein Glas Honig neben mir zu stehen habe. Ey. Ist übrigens was, was ich dir nicht empfehlen kann. Was? Wenn du mal so Experimente machen willst, mach es nicht. Was genau? Lebensmittel. Wie, was? Lebensmittel? Warte mal, Entschuldigung, ich habe gerade, ich habe gerade einen Hänger. Du hast gerade... Ja, Hänger ist das richtige Stichwort. Ach, du hast dir den, hast dir den, du hast deinen René eingecremt mit Lebensmitteln, oder was? Hast du René eingecremt? Was? Hast du René mit Lebensmitteln Ich kann ja nicht weiterreden, außer, ich sage mal so, ich war jung und habe mich, war, ich weiß nicht, ob ich betrunken war oder einfach nur neugierig. War auf jeden Fall eine ganz wilde Zeit. Vielleicht sollten wir auch nicht zuführe aus unserer Jugend erzählen. Ey, aber richtig perfekte Überleitung. Erzähl mal. Wenn ich dich rausholen soll aus der Nummer. Naja, hol mich mal raus. Gut. Also, Lebensmittelüberleitung ist, mir ist neulich aufgefallen, dass ich unfassbar gute Reflexe habe, wenn was aus dem Kühlschrank fällt. Kennst du das? Kennst du das? Wenn ich an den Kühlschrank gehe und irgendwie die Marmelade kippt raus oder ein Senfglas, aber dann fange ich das immer. Immer. Komm ich an, alter Karate-Tiger 5 und hab den Senfglas in der Hand. Kennst du das? Mein Kühlschrank ist tatsächlich so leer, da es nichts, was umkippen kann. Das ist ja unanhängig. Ich hab da ne halbe Zwiebel drin liegen und so ein Löffel Soße. Ach du Scheiße. Mehr ist da nicht drin. Und 18 Packungen Hafermilch für den Kaffee. Wenn du mal ein Kind entführst, dann kannst du den mir ja nicht zu essen anbieten, Alter. Das ist eine Scheißentführung für das Kind. Ich hab nicht mal Schokolade. Das ist ja blöd, die Luft. Jetzt sitzt du bei dir zu Hause heulend auf der Couch und du sagst so, ja, tut mir leid, aber ich hab nicht mal Schokolade für dich. Mensch, was machen wir denn jetzt? Na gut. Man, war voll die Scheißentführung. Boah, das ist jetzt ein bisschen derbisch. Nee, aber jetzt kriegst du dann so drei Sterne bei Google, weißt du? Ja, in Führung war jetzt nicht so gut. Die Fahrt war viel zu lang und dann gab es nichts zu essen und irgendwie war Scheißentführung. Ja, aber war ganz gut für die Figur, weil Kalorien war okay. Gibt ja so diese geilen Bewertungen auf Google, wo die so Gefängnisse bewerten und schulen. Hast du das schon gesehen? Ja. Ach, die bewerten, also. Das ist so lustig. Hab ich auch schon mal überlegt, dass man das einfach mal machen kann. Also einfach Orte, zum Beispiel Straßenkreuzungen bewerten. Ja, wenn es bei Google Maps eingetragen ist. Tolle Ampelschaltungen. Man kann super entspannt über die Grünphase drüber laufen. Oder so öffentliche Toiletten kann man ja auch mal bewerten, finde ich. Ja, ja. Könnte ich sowieso sehr gut, weil ich hab ja mit öffentlichen Toiletten so ein Ding am Laufen. Und, äh, was wäre denn noch so ein Ort, den man bewerten könnte? Was ist denn jetzt erst mal eine Sache, wo du jute Reflexer hast, wollte ich dich fragen? Wo ich jute Reflexer habe, ist beim Autofahren. Ich bin ein extrem, ähm, ich bin ein extrem juter Autofahrer. Und, ähm, du hast es selber schon mal erlebt, wo wir mit, äh, gefühlten 180 über die Schönhauser Allee geknallt sind und Ena rückwärts aus der Parklücke rausgefahren ist und ich einfach mal dein Leben gerettet habe. Ja. Erinnerst du dich noch? Gerne mich an diese dramatische Geschichte. Aber wenn ich da, äh, nee, ich hab super, ja. Wenn ich da kurz einhaken darf, ich finde, ähm, Reflexe beim Autofahren sind aber so ein bisschen Basics. Also ja, es gibt Menschen, die keine guten Reflexe beim Autofahren haben und ja, du hast auch überdurchschnittlich gute Reflexe beim Autofahren. Aber irgendwie auch, irgendwie finde ich das auch jetzt ein bisschen langweilig. Irgendwie denke ich mir so, ja, okay, also, ich hab auch gute Reflexe beim Autofahren, ich baue aber auch voll viel Scheiße. Also ich muss die auch haben. Hey, du... Ohne die wärst du richtig am Arsch. Ich kriegst ja am Arsch. Ich überlege gerade, boah, Alter, ey. Ja, ich hab dir die Vorfahrt genommen, aber... Ja, mir fallen tausende Schichten ein, was dein Fahrstil angeht. Der ist auf jeden Fall sehr, ähm, wie ist denn das in der Dusche, wenn dir die Seife aus der Hand flutscht? Fängst du die dann noch auf? Lass ich fallen. Okay. Nee, lass ich fallen. Oder weißt du, ich bin ja auf diese Reflexe-Idee gekommen, weil ich das an anderen Stellen überhaupt nicht habe. Und jetzt sag ich dir mal was, was mir ständig passiert, bestimmt dreimal die Woche, nämlich, ähm, Ich hab ja die gleiche elektrische Zahnbürste wie du, haben wir ja schon mal festgestellt. Mhm. Von daher kennst du die, hast du so eine Ultraschallzahnbürste, die vibriert nicht besonders doll, aber dafür stark. Ne, also die brummt nicht so doll, aber dafür hat die so eine unfassbar dolle, so. Und die fällt mir immer aus der Hand. Passiert dir das auch manchmal? Also aus dem Mund und der Hand. Ich hab die Zahnbürste im Mund, halte die mit der Hand fest und lass die irgendwie los und dann fällt die mir aus dem Mund. Und ich schaffe es immer nicht, die aufzufangen und dann prallt die immer so dreimal an meinem T-Shirt ab. Und ich trage ja immer schwarze T-Shirts, also kann ich danach in die Wäsche schmeißen. Musik ist stehen. Warte mal, ich überlege gerade, habe ich im Alltag irgendwo noch Reflexe, die mir irgendwie... Hast du nicht manchmal so schwäche Anfälle, dass dir irgendwie einfach was aus der Hand fällt auf einmal? Und du wirst ja nicht warum. Ja, mir fallen ständig Dinge aus der Hand und das wird doch gefühlt von Tag zu Tag schlimmer, je älter ich werde. Ja, es wird immer schlimmer. Und ich hab dabei jetzt nicht festgestellt, dass meine Reflexe da irgendwie gegenarbeiten und ich da irgendwie besser mit zurechtkomme, sondern ich stelle halt einfach fest, das wird einfach immer schlimmer. Aber kennst du diesen stressigen Moment, wenn du dir Butter auf deinem Brot schmieren willst und diese verkackte Butter dir ständig vom Messer rutscht und über den ganzen Tisch fliegt und auf den Boden und sonst wo? Bloß nicht auf dein Kackbrot? Und ich verstehe immer ja nicht, wieso das so ist. Kennst du das, wenn du das Brot in der Hand hast beim Schmieren und dann verhakt sich Messer, Butter und Brot so komisch, dass du dir quasi mit dem Messer das Brot von der Hand haust? Das habe ich auch ständig. Mir fällt auch immer beim Essen Besteck aus der Hand. Mitten beim Essen fällt mir auf jemand ein Messer aus der Hand und knallt auf einen Teller rauf. Richtig laut. Die Leute, die uns mal im Altersheim pflegen müssen, da habe ich einen schönen Gruß. Oh, Alter, die sind zwar noch nicht geboren, aber die haben richtig Spaß mit uns. So zwei kleine perverse Opas, weißt du? Mir ist schon wieder die Madeleine, mir ist schon wieder das Messer untergefallen. Mal hoch. Spielen wir nachher noch eine Runde im Jenga oder Scrabble? Ich frage mich gerade so ein bisschen, warum du im Altersheim jetzt so Sachen spielen solltest, die du jetzt auch nicht spielst. Also du spielst ja jetzt auch kein Jenga oder Scrabble, oder? Ich habe neulich, pass auf, ich habe neulich Scrabble gespielt und ich habe einfach mal Haus hoch gewonnen und ich musste neulich auch für Arbeit Jenga, nee, wie heißt denn dieser Holzturm? Naja, Jenga, genau. Jenga spielen. Und Mikado musste ich spielen. Und ja, musste ich spielen. Habe ich gespielt. Aha. Okay, bei Scrabble bin ich richtig schlecht. Scrabble war lustig. Da kannte das kein Jenga überhaupt nicht gut. Erstaunlicherweise. Ja, ist doch ehrlich gesagt, da muss man halt relativ viel auch schummeln. Ich wollte mit einer Katte ein Wort erfunden und dachte, kriege ich irgendwie durch. Aber meine Gegner waren zu krass. Kloid Räuschung. Ich wollte den Schaumbär. Den Schaumbär. Wirklich? Ja, aber der Schaumbär ist nämlich der Freund von Waschbären. Ja, verstehe. Der schäumt den Waschbär ein und der Waschbär wäscht dann den Schaumbär. Die reimen sich so ineinander. Der Schaumbär. Der Schaumbär könnte doch so eine Süßigkeit sein. Ja, oder eine frische, waschende Vulva. Aber gut, unser Thema. Der Schaumbär. Oh Gott, Alter. Ey, ob du jetzt da nicht unsere Zielgruppe verschreckt hast. Sowieso, da habe ich doch genau die Zielgruppe angesprochen. Da hat diese kleinen Schaumbären da draußen. So, pass auf. Ich wollte noch einen Tipp raushauen für diese Woche. Ein Tipp, der uns alle betrifft. Ein Tipp, der einfach auch mal alle Leute gerade richtig hart ankotzt. Und zwar geht es um das Thema nervige Sexgruppen auf Instagram und warum man da ständig eingeladen wird. Hau raus. Ich habe ein Riesenproblem damit. Kotzt mich richtig an. Richtig krass zum Kotzen. Also viele Leute kennen das. Man wird ständig in irgendwelche Gruppen eingeladen bei Instagram. In den Nachrichten. Und dann kriegt man hier irgendwelche Sexlinks und so weiter. Und um das zu beseitigen, gibt es einen kleinen Trick, den möchte ich euch verraten. Und dankt mir einfach später. Und zwar müsst ihr einfach nur auf eure Einstellung gehen. bei Instagram. Wenn du willst, kannst du gleich live mitmachen, Alter. Dann befreie ich dich. Ja, ja. Ich mache, ich mache, ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt parallel mit. Ja, dann parallel. Also ich gehe auf, was? Geh mal auf Einstellungen. Also ich gehe jetzt. Ja, ja, warte, warte. Na, 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 na. Einstellungen. So, Privatsphäre. Warte mal kurz. Ach da. Privatsphäre. Das kannst du halt nicht machen. Dann, äh. Es ist so glücklich. Das, Alter, meine Mom wäre schneller. So, pass auf. Und die hat nicht mal Instagram, Alter. Die würdet sofort finden. Die würdet sich installieren und sofort finden. Schneller, als du bei Einstellungen warst. So, also Einstellungen. Einstellungen, Privatsphäre und dann unter Nachrichten. Nachrichten? So, und dann scrollst du runter und dann steht da, hast du ihn gefunden? Und dann steht da, bei Gruppeneinladung und da tippst du nur von Leuten, die mir folgen. Boah. Bam, Alter. Also nochmal in Ruhe auf Einstellungen, dann Privatsphäre, dann Nachrichten und dann bei Gruppeneinladung auf Leuten, nur von Leuten, die mir folgen. Oder den ich folge, da steht da. Und jetzt ist das vorbei? Und jetzt kann ich wieder Instagram benutzen, ohne dass ich den ganzen Tag irgendwelche Brüste sehe und Vaginen? Ja, so lange, bis die sich irgendwie was Neues ausdenken dürfen, die ganzen Sexroboter. Oh, ey. Dankeschön. Ohne Scheißnormen, das ist wirklich ein Tipp, der mir sehr, 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 sehr viel weiterhilft. Da hatte ich übrigens von meinem lieben Freund Muri Schnuri, liebe Grüße an dieser Stelle, der, ich hab mir das neulich schon so im Hinterkopf mal notiert, dass ich das hier im Podcast erzähle und der hat zu mir auch so einen Universumslink im Kopf. Und der hat mir tatsächlich neulich geschrieben, ja ey, vielleicht kannst du ja mal im Podcast erzählen, wie man diese blöden Sexgruppeneinladungen abwehren kann und bla, hier, da musst du nämlich auf Einstellungen und bla gehen und hat mir das erklärt. Und der nächste DKA, ey, no, das hab ich mir gestern Abend schon notiert, dass ich das machen muss. Das war auch sehr lustig. Liebe Grüße an. Ja, mega. Also danke Muri Schnuri, danke Normi Mausi und ich glaube, mein Leben hat jetzt wieder einen Sinn. Ich überlege gerade, weil dein Tipp war ja schon sehr gut, ob ich noch einen Tipp habe, den ich irgendwie den Leuten mit auf den Weg geben kann. Tja, die Zeit ist leider vorbei. So ein Haushaltstipp. So ein Haushaltstipp. So ein Haushaltstipp wäre halt schön. Also ich bin, also ich bin ganz ehrlich zu dir, ich bin mir nicht sicher, ob du Tipps geben solltest. Wieso? Ja, also bei, außer zum Thema Motorradfahren, da würde ich mir bei dir Tipps holen. Ich würde mir bei dir Tipps holen bei kreativen Sachen, also wie findest du denn das Bild oder wie findest du denn die Grafik oder wie findest du denn den Slogan und so, alles was damit zu tun hat. Ich würde mir Autotipps bei dir holen. Und so sexuelle Sachen? Sexuelle Sachen, nee, da würde ich mich mit dir eher austauschen und dann ist da bestimmt auch mal ein Tipp dabei. Ich glaube, ich habe von dir auch schon mal einen Sexuellentipp bekommen. Ja? Ja. Hat sich deine Mama entfällt? Nee, aber. Rasiere. Rasieren, Norman. Immer schön rasieren. So, Spaß beiseite. Aber so Haushaltstipps von jemandem, der nur eine Zwiebel im Kühlschrank hat, so weißt du, und der seine Klobrille zwiebeln nacheinander kaputt macht, dann immer in der Woche, weißt du, da bin ich so, das ist so Ernährungstipps, Sporttipps, das wirken mir alle von dir eher nicht vor. Das ist jetzt nicht so mein Fachgebiet, ne? Ja, wenn ich ehrlich bin, denke ich das, ja. Hm, nee, also möchte ich auch nicht abstreiten, dass ich da vielleicht ein bisschen ein paar Bildungslücken habe, aber bin ja gut durchs Leben gekommen bisher. Hat ja immerhin zu dir klappt. Ja, wie gesagt, du hast ja da viele, viele andere Stärken, die viele andere Leute nicht haben. Deswegen ergänzen wir uns ja auch zum Teil sehr gut. Zum Teil? Das ist so ein unnötiges Füllwort. Das muss nicht sein. Nee, damit meine ich, dass wir uns in vielen Sachen aber auch so ähnlich sind, dass wir, das ist Quatsch, wäre uns klar, gegenseitig Tipps zu geben. Stimmt, ne? Stimmt, ne? Hast du recht. Okay. Hast du recht, Norman? Gut. Ey, ohne Scheiß, war für mich eine Folge der absoluten Erleuchtung und Erblühung. Ja. Ich finde, ehrlich gesagt, ich finde diese Thema, lustige Formate auf TikTok sich ausdenken, ich hätte da noch mal Lust, noch mal mehr drüber zu sprechen, weil, ähm, vielleicht fällt einem da noch ein bisschen mehr ein, vielleicht muss das auch unter Alkoholeinfluss passieren. Ähm, aber so grundsätzlich finde ich diesen Ansatz irgendwie ganz witzig, da vielleicht noch nischigere Nischen, ja, gibt ja zum Beispiel einen, ah ne, damit fange ich jetzt ja nicht an, ich lasse das einfach mal so stehen. Vielleicht testen wir das dann einfach mal, unsere Formate auf TikTok. Ja, deswegen, äh, das ist ja immer noch auch so eine Mission, die wir haben, äh, dass wir TikTok-mäßig noch ein bisschen, äh, Gas geben. Vielleicht würdest du dich dann mal die Tage in so einen Teppich einrollen? Und, und, äh, ey, vielleicht, vielleicht ist einfach die Nische, dass wir die Sachen, die wir am bescheuertsten finden auf TikTok, uns die gegenseitig senden und der eine muss das nachmachen. Als Challenge dann, oder was? Ja, zum Beispiel diesen Türrahmen. Ich würde gerne mal sehen, wie du das mit dem Türrahmen löst. Ja, scheiße. With your hands on my shoulder. Nee, scheiße, so. Nee, du kannst das ja kreativ lösen, dass du halt danach vielleicht ein Pyjama anhast oder so, du musst ja nicht nackig sein. Ach so. Mhm. Ne? Ja. Nee. So. Ey, äh, apropos Formate, weil immer, wenn wir sagen, wir machen ein Format, dann machen wir das Format immer und dann hören wir damit auf, deswegen sollten wir keine Formate mehr festlegen. Wir hatten nämlich mal ein Format, das hieß Cliffhanger. Und du hattest mal... Ja, weil der nicht aufgelöst wurde. Du hattest mal vor ein paar Wochen erzählt, dass du mal ein Date hattest und bei diesem Date musstest du irgendwie so einen Gegenstand, ich weiß nicht, das hast du nicht so genau erklärt, der lag da auf immer, den musstest du irgendwie rausholen oder liegen lassen oder irgendwie entnehmen. Also dieser Gegenstand ist auf jeden Fall zutage gekommen und dein Date hat das dann gesehen und du hast das auch nicht so richtig als Gegenstand bezeichnet, sondern du meinst, das ist schwierig, das ist irgendein Ding. Und das Date hat es dann gesehen und war dann sauer und dann ist das Date abgehauen und das ganze Date war am Arsch. So. Richtig. Und ich möchte erst mal sagen, dass ich das jetzt auflöse und bevor ich die richtige Lösung sage, möchte ich sagen, dass wir auch noch eine Zuschrift auf Instagram bekommen haben. Und zwar hat mir Nadine geschrieben und die sagt, das war eine Zahnspange. Ja, nee, aber ich habe mich tatsächlich schon mal mit jemandem verhakt beim Küssen, weil wir hatten beide feste Zahnspangen. Das ist auch schon mal passiert tatsächlich. Ja, da muss ich sagen, bin ich echt dem lieben Herren dankbar, dass mir das erspart geblieben ist, eine Zahnspange. Aber dafür hat mir, liebe Gott, der rote Haare gegeben und der hat dann wahrscheinlich gedacht, komm Alter, so ganz so schlimm können wir das nicht machen. Aber hübsche Zähne, aber Haare, komm, nehmen wir mal die Reste Rampe. Naja, ich wollte gerade sagen, ich habe Pickel ohne Ende bekommen, aber da warst du ja auch nicht ganz von befreit, wa? Du warst ja auch. Ich war auch Mr. Pickel. Ja, für Inspire war ich auf jeden Fall pickelmäßig auch am Start. Ja, du warst richtig arg, ne André, wa? Du hast ordentlich, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich wunderschön. Jetzt bist du wunderschön, ja. Also, ich weiß nicht so richtig, meine Lösung ist halt, dass du da irgendwo ein Kondom im Portemonnaie oder eine Hosentasche hattest und das hat irgendwie vielleicht geknistert, wenn sie sich auf deinen Schoß gesetzt hat, als du die Jeans noch anhattest und deshalb hast du das vorher irgendwie rausgelegt. Aber das wäre so einfach, das ist so einfach, die Lösung. Ja, ist auch nicht die Lösung. Dann war doch kein Kondom, den Gegenstand, den du rausholen musstest. Musstest du den Gegenstand verstecken vor ihr oder warum hast du den rausgeholt? Und du hast es aber nicht geschafft, den zu verstecken. Doch, doch, ich habe es schon geschafft, den zu verstecken, aber das Versteck war nicht ausreichend. Sie hat den gefunden? Dann hat der Gegenstand näher gefunden, sie hat, ja, sie hat ihn gefunden, aber nicht bewusst. Hat er einen Penisring? Also, sie hat jetzt nicht danach gesucht. Ah, nee. Okay. Stimmt, den hast du ja immer so über dem Ringfinger gehabt, den Penisring. Ja, Penisring habe ich ja immer um. Ja. Immer. Nee, über den kleinen Finger hast du den, wa? Mhm. Aber also doppelt. Nochmal. Oh, richtig old school, wenn sich so Männer für kleine Pümmel verarschen, ne? So, oh ja, komm. Ja, ist okay. Ja, hier, ich habe den kleinsten. Außerdem, es kommt nicht auf die Länge drauf an. Ich weiß. Sondern aufs Gewicht. Ja, ich weiß. Und der muss beeindrucken. Ich erinnere mich an die hübsche Sinnefolge, wo du gesagt hast, Pümmel muss zwei Eigenschaften haben. Er darf nicht beängstigend sein. Genau. Aber er muss beeindrucken. Ja, komm, er gibt dir noch, er gibt dir noch einen Versuch. Ja, los, hau auf. Was könnte das hier wissen? Nee, nee, gebe dir jetzt einen Versuch nochmal, ganz spontan zu denken, was das sein könnte. Hast du da noch einen Tipp in weiteren? Der Gegenstand befand sich in mir, war aber nicht in meiner, ich finde, der Gegenstand befand sich in mir drin, bevor ich ihn ablegen musste. Hört sich irgendwie so nach Flughafenkontrolle an, ja. Erzähl mal zu Ende, der befand sich in dir, aber nicht. Naja, der Gegenstand befand sich in mir. Dann hat sich dieses, dann ist dieses Date, hat stattgefunden und dann musste ich diesen Gegenstand aus mir rausnehmen und habe ihn abgelegt. Und wo ich ihn abgelegt habe, war der falsche Ort. Und dann nahm der Drama seinen Lauf. Okay, also ich rate da jetzt mal durch. Analplag, Brustwarzenpiercing, Zungenpiercing, Bauchnabelpiercing. Nein, nein, nein. Dann hat es noch ein Kondom übergestülpt von der Nacht davor und hast es vergessen. Was war noch über den Pümmel drüber? Nein. Stell mal vor, dann fällt dir so auf. Ach, fuck, fuck. Können wir noch ein Kondom drüber? Verdammt. Richtig blöd. Ja, komm, bleib jetzt drauf, ist egal. Ey, komm nicht drauf, Alter, was kann sich denn in dir befinden? Okay, pass auf, ich löse auf, ich löse auf. Also, folgendes passierte. Ich hatte ein Date mit einer Frau. Ja. Und bin ganz aufgeregt mit dem Auto zu ihr gefahren und vor lauter Aufregung habe ich mir ein Kaugummi in den Mund gesteckt. Und habe diesen Kaugummi gekaut, 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 gekaut. Und dann irgendwann war ich bei ihr oben in der Wohnung und dann haben wir angefangen zu knutschen und dann war ein bisschen blöd mit dem Kaugummi. So, ich wollte jetzt aber nicht, weil ich ein bisschen schüchtern war und auch ein bisschen mich geschämt habe, wollte ich jetzt den Kaugummi nicht beim Knutschen so sagen, stopp, warte kurz, ich muss jetzt kurz den Kaugummi ablegen, dann können wir weiter knutschen. Sondern ich habe den quasi, also ich saß und sie saß auf meinem Schoß und dann habe ich den so, bin ich kurz so wie so ein Magiker, Magiker mit der Hand an meinem Mund entlang, habe den Kaugummi so rausgenommen und habe den hinter ihr auf den Sofa-Rand, also oben auf die Sofa-Line gelegt und dachte so, naja gut, da ist er safe, da kann nichts passieren, da ist er erstmal weg, kümmere ich mich später drum. Ist ein Problem für Future, Patrick. Ist jetzt erstmal nicht relevant. Der Problem war, dass sie irgendwann ihren Kopf nach hinten gelegt hat auf diese Sofa-Lehne und dadurch sich der Kaugummi beim wilden Rumknutschen sich komplett, wirklich komplett in ihren Haaren verheddert hat. Also diese ganzen Haare waren voller Kaugummi dann zum Schluss. Ja und dann war ich auf jeden Fall, wurde ich doch gebeten jetzt zu gehen. Alter, richtig scheiße. Boah, fuck. War nicht so toll. Ihhh, das ist ja scheiße. Alter. Ey, es war wirklich eine richtige Kacknummer. So, die war wirklich, sie hatte lange Haare, lange ordentliche schöne Haare. Betonung liegt auf, sie hatte. Ja, sie war danach wirklich sehr erbost und fand das auch nicht ganz so witzig. Ich muss ehrlich gestehen, ich fand es irgendwie schon lustig. Ja. Aber, ähm, konnte das natürlich dann noch nicht so rauslassen. Das ist ein Schwein, Alter. Und, ähm, ja, tut mir schon leid. Tut mir schon leid im Nachhinein. Also ist schon nicht cool gewesen, aber, weißt du, das ist ja auch so der Moment, da kannst du dich ja auch nicht hinstellen und sagen so, ja, sorry, war nicht so gemeint. Ey, interessiert einfach niemanden in dem Moment, weil das einfach richtig kacke ist. Deine Haare sind komplett im Arsch. Ja, 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 ich glaube, das ist auch wahrscheinlich für jeden, der lange Haare hat, äh, ein Horrorszenario. Total, total. Ja, das ist der, äh, die Auflösung, das ist der Auflöser, äh, die Auflösung vom Cliffhanger der Woche. Ja. Okay. Verrückt. Freunde. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch so lustige Momente hattet. Ähm, hast du mal, hast du denn mal einen Cliffhanger parat? Hast du spontan einen? Nina? Ich hatte mal, ach, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Also ich hätte ihn. Ja, nee, die Leute erwarten ja auch mal ihn von mir. Pass mal auf. Ja. Ich hatte mal, ich hatte mal so ein amorös anlaufendes Verhältnis mit einer Frau gehabt. Ja, das war schon eine Weile her. Also, äh, Teenager-Alter oder sowas. Mhm. Und nun lag ich bei der im Zimmer auf dem Boden. Auf dem Boden? Auf dem Boden. Und hatte, ähm, quasi einen direkten Blick unter ihren Nachttisch gehabt. Mhm. Und jetzt kannst du mal raten, was ich da gefunden habe? Unter dem Nachttisch. Bis nächste Woche. Okay. Also, das... Kannst du, hast du, hast du Tipps für mich? Naja, also ich kann dir nur sagen, das Erhebnis... Kann ja alles sein. Naja, also das war so ein typischer Ikea-Nachttisch. Also da waren jetzt keine Schubfächer oder so drin, sondern bestand nur so aus Tischplatte und Bähne, ne? So ein Ding, einfach so ein einfacher Teil. So aus dem vorderen Kassenbereich. Und, ähm... Und auf jeden Fall, ähm, bin ich danach nie wieder da hingefahren. Oh, 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 okay. Okay, was könnte... Also musst du schon mal schockieren, das gewesen sein. Genau. Hm, ich denke mal drüber nach. Also mir fallen da... Mhm. Okay, ja. Nee, ich denke gerne drüber nach, äh, was das gewesen sein könnte. Also nochmal zur, äh, zur, äh, äh, inhaltlichen Angabe. Du hattest ein amoröses Verhältnis mit einer Frau. Mhm. Warst bei ihr zu Hause eingeladen. Ihr habt euch beide, äh, auf den Boden gelegt. Den Boden gelegt, genau. Warum auch immer. Wie in Sterne gucken. Ich finde die viel interessanter, finde. Ach so. Ja gut, also ihr legt mich ja für gewünscht, legt man sich ja ins Bett, aber kein Ding. Und dann lag die Bähne auf dem Boden, oder beziehungsweise du, was sie gemacht hat, ist ja irrelevant. Und in dem Moment konntest du unter ihren Nachttisch gucken. Und dass dort eine schockierende, äh, Sache erblickt, äh, die dich dazu veranlasst hat, diese Frau zu meiden. Sie nicht mehr zu besuchen, ja. Okay, okay. Denke ich drüber nach. Finde ich, äh, spannend. Ah, okay. Äh, vielen Dank, dass du deinen Cliffhanger mit uns geteilt hast. Und dann, ja, wünsche ich erstmal allen eine schöne Woche. Leute, es war eine großartige Folge. Ich bin immer noch voller Liebe. Ich bin total aufgeregt. Ich würde am liebsten sofort die nächste Folge aufnehmen. Ähm, würde dann wahrscheinlich aber inhaltlich ein bisschen eintönig werden. Ähm, ich freue mich. Das war es eigentlich. Mehr kann ich nicht sagen. Tragt die Liebe raus. Hört euch den Podcast an. Teilt. Und, äh, wir haben euch im Herzen immer bei uns. Muttis. Ihr Süßis, schickt ein paar Herzen rum. Ihr Kleinen. Ein paar an uns, ein paar an die, die ihr lieb habt. Und, äh, ich sage, haut rein. Ihr kleinen, ihr kleinen Schaumbären. Gute Nacht, die kleinen Schaumbären. Oh ja. Gut, mein Freund. Ich drücke auf den Knopf, ja? Ja. Ja. Dann machen wir eigentlich unsere ASMR-Folge. So, dann kann ich jetzt ja wieder meine normale Stimme. So, und ich würde dann auch wieder mal, ähm, mein Dialekt abstellen, den ich ja die ganze Zeit nur spiele, um eine etwas rustikalere Artikulation in diese Sendung hineinzubringen. Und, äh, ja, Patrick, ich hoffe, dir hat es viel Freude bereitet, mit mir diese gemeinsame Stunde zu verbringen. Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken und sagen, danke. Sehr gerne. Und grüß deinen besten Freund von mir, ja, dass der... Mein was? Richtig. Was für ein Freund? Deinen besten Freund. Ach, den? Ich dachte, mein lesbischen Freund. Und grüß deinen lesbischen Freund von mir. Ich bin jetzt erstmal gegen das Mikrofon geknallt. Ich bin jetzt wirklich so, dass das Mikrofon geknallt. Ich bin jetzt schon wieder. Und ich bin jetzt schon wieder. Ja, das ist wirklich so, dass ich das so, dass ich das so, dass ich jetzt mal so... Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020